Ich muss dran denken mit meinem Sohn, vor dem Futter habe ich wohl in den großen Bildern. Ich habe so alle Angst in den Wagen stehen. Da sind ein paar Gläser umgekippt. Sogar auf zwei Einstellungen. Vielleicht wenn ich ein paar tausend Fotos gemacht habe, die sind dann wieder gerade. Das ist schon heiß genug. Ich will auf vom Hebezahlen. Das ist ein Stückchen. Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Das ist ein und das ist ein Stückchen. Guck mal, jetzt machen wir noch ein Stückchen. Jetzt machen wir noch ein Stückchen.